Ja, unheimlich wichtiger Sieg heute. Ich denke, dass wir in der ersten Minute nach 46 Sekunden schon in Führung gehen. War natürlich super mit der ersten Aktion. Mit einem Pass von Altintoppel läuft Finn Borgerson alleine aufs Tor. Und das hat uns natürlich gut getan, obwohl wir dann eher passiv wurden und eigentlich nur noch das Ergebnis dann auch verteidigen wollten. Zu wenig eigenen Ballbesitz gehabt haben. Und dann brauchst du natürlich auch Glück, wie bei Kruse zum Beispiel, der an die Latte schießt. Aber wir haben es konsequent durchgezogen, haben dann effektiv das zweite Tor erzielt. Ich glaube, mit drei Torschancen heute zwei Tore zu erzielen, ist eine neue Stärke meiner Mannschaft. Aber es war heute so. Und dann haben wir mit allem, was wir haben, mit Herz und Leidenschaft unser Tor verteidigt. Und das über die komplette Spielzeit. Und von daher sind wir sehr glücklich, neun Punkte jetzt geholt zu haben aus den letzten drei Spielen. Und mit den drei wichtigen Punkten heute nochmal Rückenwind zu haben für die letzten Spiele. Freut mich sehr. Dankeschön.